So, hier, ähm, in den Häusern... Oh, da vorne, da ist doch wieder was. Hm, dann muss ich mal eben nachschauen. Oh, da ist ja auch gleich was hier. Ist das ein Hai? So gebissen hat er mich noch nicht. Nö, das ist wohl auch ein Delfin. Ich seh das nicht, weil es zu dunkel ist. Ich muss mich mal ins Bett legen. So, haben wir hier ein Bett drin? Nö, jede Menge Stroh, aber kein Bett. Nee, in den Schweinestall. Oder das Schweinegehege will ich jetzt nicht. Ich bin auf der Suche nach einem Bett. Aber der Schmied hat doch... Hat doch ein Bett. Oder nicht? Ja, wir werden es gleich sehen. Ach, ist es schön, mal wieder was anderes zu machen. Nicht immer nur stumpfsinnig... Was heißt stumpfsinnig? Ist es ja nicht, aber so vor mich hinbauen... Nö, da ist kein Bett. Der Schmied, der schläft im Stehen. Na gut. Dann muss ich eben doch in mein eigenes Haus gehen. So, da wieder zumachen, dass die Dorfbewohner hier nicht reinlaufen. Was ist denn da so viel? Ja gut, die Leute. Fische im Wasser. Und ein paar Tiere. Ja, das läppert sich. So. Hier, ach, da ist wieder jemand. Oder sogar zwei. Zwei Leute sind das. So, jetzt haben wir morgen. Ah ja, und ein bisschen Frühstücken ist auch nicht verkehrt. Nö, ich muss noch mehr essen. So. Okay, genau. Da vorne, da waren ja Tiere. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Haie oder Delfine waren. Aber vermutlich Delfine. Oder zumindest der Ei, ne? Oh, was war denn da? Hab ich... Ne, ich hab grad nichts mit. Noch nicht mal einen Eimer. Na gut, dann... Geht das jetzt eben nicht. Also, ich will demnächst mal ein bisschen angeln. Hier, guck mal. Jetzt kann ich das sehen hier. Das ist ein Delfin. Und da vorne... Das ist... Das ist ein Hai. Und den Manticore, den nehmen wir auch gleich mit. Vielleicht... Nö, von dem kriegen wir das... Kennen wir das nicht. Was haben wir da? Oh, ein unirdisches Loch. Und hier ist noch ein Skelett. Das aber kein... Kein Kettenhemd hat. Aber eine Schriftrolle. Kann ich das... Kann ich... Hallo sprechen. Hab ich das schon gelernt? Ja, hab ich schon gelernt. Was ist das denn? Äh, Feuerschutz. Okay. Gut, Feuerschutz hab ich also schon gelernt. Aua. Ey. Ähm. Das Skelett hat schon Schaden bekommen. Ist da drunter gefallen. So zwei, drei Meter. Und war dann... War dadurch vollends tot. So. Also, Hai, wo bist du denn jetzt? Ich hab dich doch gesehen. Hier, da vorne. Da, da kommt er doch an. Noch ein bisschen näher. Nein, das ist ein Delfin. Okay. Das ist ein Delfin. Aber da war doch gerade noch ein Hai. Ich hab doch... Ich hab doch einen gesehen. Ich muss mal auf Tauchstation gehen hier. So. Nö. Da ist alles voller... Keine Ahnung, was das ist. Hering. Ein Kabeljau eben nicht. Was ist denn da vorne? Moment mal. Da vorne. Das ist... Das ist ein Hai. Siehst du? Da vorne... Aua. Ja, ja, ja. Luft. Da vorne ist ein Hai. Also war da doch einer. Hier, das da. Da ist er doch. Ist noch einer? Nö. Die anderen Fische... Keine Ahnung, was das für welche sind. Was fallen mir denn für Fische ein? Außer Kabeljau. Esche. Mehr Esche. Okay. Gibt's auch als Süßwasserfisch. Aber jetzt Hai. Bleib doch mal stehen. Sonst sind sie immer ganz wild hinter mir her. Und jetzt... Jetzt hauen sie alle ab. Aua. Was hat mich denn da? Ah, die Piranhas. Ich kämpfe um mein Leben. Na gut, noch... Der Hai ist... Der Hai ist tot. Die Piranhas. Moment, ich muss... Ich muss an die Oberfläche. Zumindest so halbwegs. Hier sind da so komische Meerströmungen. Hallo, wo... Ah, da. So, jetzt aber. Okay, jetzt ist keiner mehr da. Äh, ich muss mal raus aus dem Wasser. Da vorne ist da so ein Aufstieg. So eine Leiter oder sowas. Oder zumindest ein Boot. Ne, da kann ich auch raus irgendwie. So, hier. Äh, so. Ah, okay. Jetzt will ich erst noch mal einen ein bisschen essen. Damit ich auch wieder regeneriere. So, dann schauen wir mal ins Inventar. Ah, ja, okay. Einer nur. Und da... Oh, da ist ja doch was. Ruhr Kabeljau. Guck mal hier. Ich hab doch Kabeljau bekommen. Ja, aber ich will dennoch mal angeln. Kabeljau. Okay, Kabeljau haben wir also. Das könnten wir beim nächsten Mal machen. Das Angeln. Okay, das Hühnchen will mit dem Boot fahren. Ja, schön. Mach mal. Tu dir keinen Zwang an. Okay, gut. Also, wir müssen zu einem anderen Meer gehen. Oh, was war da? Ein Delfin. Da war doch noch... Genau. Das könnten wir mal machen. Hier. Ähm... Wo war das? Ähm... Wie hieß das? Minenschäume. Genau. Da waren doch auch Haie. Ich erinnere mich. So, da hinten in dem Wasser. Da bin ich doch auch immer hin. Äh... Da hinten müsste... Genau, da steht die Hütte. Und da... Da waren doch auch Haie, die ständig hinter mir her waren. Ist natürlich schon lange her. Ich weiß... Oh, Moment, was war da? Da ist ein Hai. Da. Da ist schon einer. Ich bin noch nicht so ganz schlau draus geworden, wie das geht mit dem Schwert und mit dem Zuhauen. So, vier. Das heißt, wir haben jetzt schon... Äh, wir haben jetzt zwei bekommen. Jetzt haben wir aber schon... Stiefel haben wir schon. Ja, genau. Wir brauchen noch einen. Ne, die Mütze. Haben wir die auch schon? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ne, die haben wir noch nicht. Ja, wir können jetzt mal noch ein bisschen weiter sammeln. Und dann könnten wir noch mal nachschauen, was uns denn noch alles fehlt. So. Ja, ich springe einfach hier ins Wasser, aber nicht da, wo die Quallen sind. So. Das sind wohl Bullenhaie, die hier dran sind, weil die im Fluss sind. Im Süßwasser. Ansonsten gibt es ja keine Haie im Süßwasser, außer die Bullenhaie in Amerika. Oder zumindest, soweit ich weiß. Ja, es gibt Salzwasser-Krokodile, die im Meer leben, tatsächlich. Also in Küstennähe natürlich. Was ja so für Krokodile eigentlich so eher ungewöhnlich ist. Also nach meinem Verständnis eben, Australier werden das wohl anders sehen. Das ist ein Delfin. Ja, den, den, den lasse ich leben. Von dem kriege ich ja auch keine Zähne. Hm. Da im Flachwasser. Ja, ich schaue mal nach. Ah ja, okay. Da kann ich, kann ich mal untertauchen. So, hier ist es ein bisschen tiefer. Ja, da schwimmt wieder so ein Kabeljau oder was auch immer das ist. Was gab es denn da jetzt noch so für Fische? Ich wollte mich ja dran erinnern. Oh, da, ein Hai. Ja, sehr gut. Wir haben noch einen Hai. Aua. Ach so, das ist wieder... Äh, ja. Ja, los, haut doch mal zu. Okay. Und wir haben, wir haben sieben. Aus sieben können wir was bauen. Okay, aber wir sammeln jetzt mal weiter. Ach, das ist eine, das ist eine Insel, wo es einmal rum geht. Okay. Ja, okay. Gut. Dann springe ich nochmal da rein, schaue mich hier um. Hm, da hinten geht es noch ein Stück weiter. Aber ich glaube, es ist auch selten geworden, dass ich mal wieder Tintenfische sehe. Habe ich so das Gefühl. Na gut, aber von denen kriege ich Tintenbeutel und die kann ich ja auf andere Weise herstellen. Ja gut, wir müssen uns ein weiteres Meer suchen. Wo haben wir denn noch ein Meer? Oder irgendwie ein größeres Gewässer? Hm, bei der Insel? Ja, bei den Inseln, genau, da gehen wir mal hin. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Das ist ja auch so ein Projekt, das noch offen ist. Aber das ist sowieso ein offenes Projekt. Oh, da, da haben wir schon einen, da haben wir schon einen Hai. Sogar zwei, glaube ich. Oder drei, vier. Und da unten ist noch einer, oder? Ja, das sieht mir nach Hai aus. Ja, sehr schön. Dann kommt doch mal her, aber am besten nicht alle auf einmal. Oh, das sind ja noch mehr. Das ist alles voll von Haien. Oder sind das auch Telfine? Nee, das sieht nach Hai aus. Okay. Hier war doch noch ein Boot. Ja, genau, hier. Wie steigt man da nochmal rein? So, ha, genau. Ja, Moment. So, äh, das war zweit. So, genau. Nee, nee, nee. So, hier irgendwie da, so in diese Richtung. Genau. Da vorne sind ein Hai an der Oberfläche. Kann ich den vom Boot auskriegen? Nee, eben nicht. Doch, ich hab da, ich hab das Schwert in der Hand. Doch, ich kann das, das geht. Ja, sehr gut. Okay. So, und da hab ich wieder Haifischflossen bekommen. Äh, hier Zähne. Das hab ich zu Hai Zähne. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche, aber das egal. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter Haie jagen. Ach nee, ich brauch ja sowieso noch mehr für, für den zweiten Satz. Ich will, ich wollte ja noch einen zweiten Satz bauen. Äh, für das Heim auch. Da fehlte ja auch die Kettenrüstung. Keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Oh, jetzt taucht er ab. Nee, da ist er wieder. So, mal abwechselnd hier. Die brauchen jeweils zwei. Zwei gut gezielte Hiebe. Was haben wir jetzt? Drei oder achzehn? Neun und neun ist achzehn, ja. Ja, kommen da immer munter her, hier. So, genau. Aber es wird aber wieder dunkel. Und da ist noch einer. Und jetzt stürzt mir Minecraft ab. Nee, doch nicht. Das ist ja hier in der Gegend schon mal geschehen, ja. Zum Glück ohne bleibende Schäden. Nee, das muss nicht nochmal sein. Oh, ich müsste ja hier Aufnahme unterbrechen. Moment. So, neue Aufnahme angefangen. Okay, ähm, weitere Haie, noch bevor es dunkel wird. Jetzt haben sie sich alle verzogen. Aber hier ist ein guter Platz hier für Haie. Das haben wir schon 22. Damit kann man auf jeden Fall erstmal was anfangen. Komm, wir gehen jetzt mal zurück zur Insel. Und dann können wir später ja noch mehr holen. Aber das, die zweite Lösung will ich, die will ich noch haben. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ich glaube hier mit, ne? Ach, mit Umschalttaste. Ja, genau, hier so. Wo komme ich denn hin, wenn ich... Ne, da traut sich doch keiner mehr her. Ah, da komme ich nicht vorhin, weil das nicht funktioniert. Okay, gut. Wir gehen zum Kreisdorf. Und schauen uns mal an, was wir denn da noch brauchen. Also eine Sache haben wir sowieso schon fertig. Ähm. So, das ist das hier. Die Stiefel. Okay, die haben wir fertig. Machen wir gleich dran. Und den Harnisch haben wir auch. Also gut, wir brauchen noch die Beinlinge und den Helm. Dann machen wir die mal. Die kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. So, die Kettenhose und... ...den Helm. Okay, jetzt... Ja, ja. Bringen wir die erstmal nach oben. Genau, und dann gehen wir ins Heim. Bauen da was hin. Moment, jetzt muss ich erstmal das hier rausfummeln hier. So. Helm und die Beinlinge. Ha, okay. So, dann war diese Rüstungen hier alle komplett. Boah, das macht sich doch ganz gut hier. Schön. Okay, so. Jetzt haben wir noch zehn Stück übrig. Ich will mal ein bisschen das Inventar ausleeren. Ah, jetzt kann ich ja besser im Lager machen. Okay, Mann. Ab ins Lager. Habe ich denn eigentlich eine Angel im Inventar? Ne, habe ich nicht. Ja, okay, gut. Dann stecke ich jetzt gleich mal eine ein. Damit ich das nicht vergesse. Habe ich überhaupt eine da? Nö, ich sehe hier keine Angel. Da muss ich mir sogar eine bauen. Also wenn, dann wäre die ja hier beim Werkzeug. Aber in der Anglerhütte, da haben wir gewiss eine. So, also jetzt mal Sachen noch wegbringen hier. Verzaubertes. Ist das auch die Rollen? Ja, das sind auch die Rollen. Genau. Achso, ja, genau. Ich wollte ja rüber. Was? Jetzt geht das gar nicht mehr. So, rüber und Rüstung bauen. Ne, Mann. Falsche Taste. So, ich will doch mal eben schauen, was wir denn da drin haben. Nichts. Okay, und da? Aha. Okay, gut. Ich sammle das mal ein. Ich weiß nicht, warum das da drin ist. Oh, guck mal, hier. Da ist eine Angel. Und die hält auch noch viel aus. Ja, weil ich da drüben im See geangelt habe. Irgendwann mal. Vor Ewigkeiten. Naja, egal. So, jetzt will ich mich um das hier kümmern. Dann müssen wir von hier vorne machen. Das heißt, ich brauche hier ein bisschen Material. So, mit 10. Was können wir da jetzt machen? 10. Schuhe und Helm. Können wir auf jeden Fall machen. Das hier genau so. Dann bleibt einer übrig. Kann ich da? Ne, aber wenn ich das hier hinstelle. Nee, das geht das nicht. Moment mal, ich muss mal sprengen. Aber ich kann das doch auch von oben machen, oder? Nee, weil das dann ja auf der anderen Seite ist. Dann ist die Rüstung da ja verkehrt rum drauf. Ich kann das hier hinstelle. until gern. Vielen Dank.